ist mir egal ist mir egal okay ich habe gesagt das macht nur fasi wieso wird hier einfach nicht auf mein scheiß wort gehört wenn ich so uninteressant nein wir hören auf sie wir haben von anfang an ein scheiß system man soll nicht über unkoordination rumheulen wenn man diese unkoordination selber hier einbringt das stimmt fasi ist für die scheiß waffen zuständig er sagt man geliefert wird und wann nicht und wenn fasi sagt es wird morgen geliefert dann haben wir uns dafür einzusetzen dass wir morgen liefern fertig er bestimmt den tag und alle anderen termine werden verschoben fasi entscheidet das so worden wir wurde das abgemacht und so wird das gemacht dann ist das so fasi wann sollen wir liefern wenn nicht wir liefern wann wir die waffen bekommen sollen die holen fasi fasi er kann sie nicht